Hallo Freunde und herzlich Willkommen zurück bei Ellen Rake. Wir sind gerade aus der Polizeiwache geflüchtet und hier ist sie, unser Törtchen Sarah und möchte uns durchs Dunkel begleiten. Oh mein Gott. Sollten wir das Auto wegleuchten kurz? Boah, das weiter fliegt. Okay, Auto ist weg. So, ich läute die an und Sarah muss die abballern am besten. So, Schrotflinte. Oh Gott, Leute. Vielleicht sollten wir mal so eine Vuzuela hier anmachen. So eine Leuchtfackel. Es geht direkt wieder weiter, ne? Ihr seht es. Ist schon richtig krass. Gerade erst angefangen, die Folge. Oh mein Gott. Also ehrlich gesagt würde ich gerne hier den Vuzuela übernehmen. Die Schrotflintenmunition ist mir, glaube ich, ein bisschen zu wertvoll. Ich lasse hier aber nochmal nach. Ich habe bestimmt noch gut gebraucht. Ich meine, Sarah muss sich jetzt auch denken, Alter, was geht hier ab? Hat Ellen die ganze Zeit recht gehabt? Ist er doch nicht durchgeknallt? Weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall sieht das sehr, sehr bedrohlich aus. Oh mein Gott. Okay. So, ein nach dem anderen. Fuck, ich muss nachladen, Leute. Ich schmeiße hier nochmal so eine Leuchtfackel hin, schnell. Hat der nachgeladen immer noch nicht wichtig? Alter, Headshot. Sehr schön. Sehr schön. Okay, sie hat ihn lang gemacht. Sarah ist hier drauf und dran, hier die ganze Stadt auszurotten. Vor allem fährt der Festwagen vorbei. Ich dachte, morgen ist erst das Hirschfest. Junge, Junge, Junge. Also gruselig sieht das aus. Also Night Springs ist ja die Fernsehserie, die wir ab und zu mal sehen. Ah, guck mal. Hat er sich da angeschlichen? Der kleine Lübbel. Und ich kann mir gut vorstellen, dass diese Stadt hier die Vorlage war für diese gruselige, creepy Serie. Mal hier, ist ein Diner. Ich würde gerne noch ins Diner rein. Das sieht aus, als ob offen wäre. Steht auf jeden Fall open dran. Es ist offen. Wir können reingehen. Ist das ein Secret? Finden wir hier noch coole Sachen? Auf jeden Fall eine bessere Taschenlampe. Hochleistungstaschenlampe. Sehr gut. Hände mal mit, das Ding. Ellen, komm. Okay. Wo ist die Taschenlampe gefunden? Hier ist er abgeschlossen, leider. Ja, hier hinten haben wir die Witwe das erste Mal. Oh Gott, Alter. Haben wir die Witwe das allererste Mal getroffen. Auf der Toilette. Hier war sie. Die Hexe. Manuskriptseite. Lesen wir mal kurz. Barry auf der Polizeiwache. Oh, ich hoffe, es passiert ihm nichts. Barry war in seinem Element. Erledigte Anrufe, auch wenn er nicht genau wusste, was er tat. Er wollte die heiße Sheriff-Braut nicht enttäuschen. Auch wenn ihn jedes Geräusch von draußen, und das waren einige, zusammenschrecken ließ. Er hatte Al kurz eine SMS geschickt, dass er sich beeilen sollte. Plötzlich verharrte Barry. Irgendwo im Gebäude zerbrach ein Fenster. Dann ging das Licht aus. Ja, wow. Ich glaube, Barry ist verloren, Leute. Ich glaube, Barry ist verloren. Fenster zerbrach. Licht geht aus. Barry allein in der Hood. Vielleicht hat er vorher noch alle anrufen können. Okay, weiter geht's. Komm. Aber schön, dass wir einen Stopp gemacht haben. Das war sehr, sehr wertvoll, diese Taschenlampe allein zu bekommen. Sehr gut. Das könnte uns irgendwann früher oder später noch den Arsch retten. Die wäre hier direkt lang gelatscht, ne? Wir hätten das Deiner fast verpasst. Um Haares Breite. Wer weiß, was ich in diesem Spiel schon alles übersehen habe. Jetzt mal ganz ehrlich, ne? Und ich fand New Yorker unhöflich. Alter, kommt hier was rausgekrabbelt. Mehr Batterien, sehr schön. Okay, hier sind Klos. Hier kommt gleich irgendwas. Ach, guck mal, ist er das nicht? Ist das nicht unser guter alter Kumpel? Der FBI-Agent? Das ist doch auch, oder? Ich weiß nicht, bin mir nicht sicher. Er verträgt auf jeden Fall eine ganze Menge. Erstmal nachladen hier. Okay, das klappt erstaunlich gut, Freunde. Das klappt erstaunlich gut. Also, ich hatte schon einfachere Situationen, wo ich kläglich gescheitert bin. Aber wir sind zu zweit, ne? Wir haben doppelte Feuerkraft. Das darf man auch nicht vergessen. Oh, hier ist Licht. Kontrollpunkt, sehr gut, sehr gut. Ellen, sehr gut. Was haben wir hier noch? Letten Lieferwagen. Ja, okay, alles klar. Hier ist die Tribüne schon für das Hirschfest. Deerfest, da oben steht schon dran. Oh mein Gott. Okay, alles klar. Ah, wir haben wieder diesen komischen Bug hier. Dass hier Sachen blinken und leuchten. Ja gut, kann ich nichts machen. Tut mir sehr leid, dass hier ab und zu irgendwelche Gegenstände so aufblitzen, aber hey. Wake, hier drüben. Hier ist Licht. Was soll ich machen? Ich werde da trotzdem mal reinschauen, ne? Das sieht mir nämlich sehr verdächtig aus. Vor allem, weil hinten die Luke auf ist. Ja, bitte Sonnenbrille aufsetzen. Da ist aber nichts drin. Okay, alles klar. Wir werden hier trotzdem mal ganz kurz rumlaufen. Nur mal schauen. Nicht, dass wir hier irgendwas noch übersehen. Nachdem wir diese epische, epische Taschenlampe gefunden hatten. Ja gut, eine Kaffeekanne. Na, besser als nix, aber... Und Munition haben wir auch noch. Guck mal. Hat sich wieder gelohnt, hierher zu gehen. Okay, wir laufen mal wieder zurück. 42 Schuss haben wir. Also komplett voll bis zum Anschlag. Sehr schön. So, Sarah. Wo bist du jetzt hingelatscht? Hier beim Tor. Ich habe einen Schlüssel. Geben Sie mir Deckung. Okay, ich gebe Deckung. Los geht's, Alice. Vielleicht sollte ich hier im Licht bleiben. Keine Falle. Mhm. Da hast du mir schon fast gedacht. Ich mache erst mal den Leuchtenstoff hin. Ansonsten werden wir wahrscheinlich überrannt. Mal nachladen direkt. Komm, Hochleistung, Taschenlampe. Was ist los mit dir? Einer war noch auf der linken Seite, glaube ich, ne? Irgendwo war hier noch so ein Dude. Oh, da kommt noch wer. Aus diesem leuchtenden Truck. Oh mein Gott. Mit Kettensäge. Natürlich mit Kettensäge. Okay. 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 Oh, fuck. Wo kommt der denn her? Okay. Der ist auf jeden Fall schon mal geschädigt. Oh, Mann. Hat mich die Axt voll erwischt. Oh nein, so nicht. Muss nachladen, Leute. Okay, mit Bravour auch gemeistert, ne? Hat ein bisschen Munition gekostet und ein bisschen Leben. Aber hey, mir geht's gut. Ja, wir haben's überlebt. Nichts weg hier. Komm schnell rein hier, Sarah. Lauf, lauf. Noch eine Kaffeekanne. Also ich glaube, wir haben auch von den Kaffeekannen schon so viele nicht gefunden. Von diesen Thermoskannen. Thermosflaschen. Naja. Okay, warte. Leute. Oh, hier liegt noch was auf dem Tisch drauf. Drei Leuchtfackeln gleich. Ein großer Stack Leuchtfackeln. Acht Stück haben wir insgesamt. Sarah will dort rein. Die schauen natürlich erstmal, ob hier noch irgendwas offen ist. Ist es aber nicht. Dann können wir da auch hinlaufen, ne? Dann können wir da auch hinlaufen. Hinten in der Ecke wird wahrscheinlich auch. Oder ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Okay. Sarah ist schon drin. Hier hat jemand am Sicherungskasten rumgespielt. Reparieren Sie das, während ich die Schlüssel suche. Ja, Schwester. Ich habe heute schon einen Stromschlag abbekommen. Wie wäre es, wenn ich die Schlüssel suche und Sie schmoren? Schön. Sie sollten im Sekretariat auf der anderen Gebäudeseite sein. Beim Haupteingang. Okay. Ich wollte gerade sagen, wie soll ich das reparieren? Sich aus wie ein Elektriker oder wie? Nee. Kontrollpunkt erreichen. Hubschrauberschlüssel finden. Was denn für Hubschrauberschlüssel? Hier ist noch eine Manuskriptseite. Was steht drin? Das Dunkelschläge zurück. Oh. Oh. Es war nur eine Frage der Zeit, bis das Dunkel wieder stark sein würde. Doch bis dahin würde es ihm schwer fallen, den Schreiber einzufangen. Naja, eben. Ich würde auch gerne mal nach oben laufen, bevor ich hier... Die Nachricht war von Barry. Er machte sich im Sender langsam Sorgen und trieb uns zur Eile an. Die gute alte SMS, ne? Ja, hier geht es schon hin. Ich will hier eigentlich gar nicht weiter laufen. Ich will erst mal nach oben gucken, ne? Erst mal oben das Dach abchecken, ob wir da noch irgendwas haben. Die Schlüssel sind nicht oben, Wake. Ich sehe mal kurz nach. Ich weiß. Aber irgendwas muss ja hier sein. Ich meine, die Treppe ist so auf, wie hier ist. Da müssen wir einfach mal hochlaufen. Okay, hier haben wir einen Pfeil. Uh, versteckte Vorrede. Ja, das ist genau das, was ich... Oh Gott. Genau das, was ich suche hier. Oh Gott, das will ihn, Alter. Ich hoffe, der war alleine. Guck mal. Leuchtpistole mit vier Schuss. Also, wenn wir das nicht gebrauchen können... Hat sich gelohnt. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier mal hochzuschauen. Okay, weiter geht's. Wir müssen in die Richtung. Barry tippet ja auch schon auf sein Beinchen hin und her. Wie so ein kleiner Marshmallow Man. Okay, hier geht's weiter. Was ist das überhaupt hier? Eine Bibliothek oder... Oh mein Gott. Oh fuck, ich hab die Leuchtpistole genommen. Das wollte ich gar nicht. Ah, die war standardmäßig ausgerüstet. Das ist natürlich bitter. Das hätte ich mir gerne noch aufgehoben für eine andere Stelle. Na gut, jetzt ist es halt so. So, wie sieht's hier aus? Oh, neues Gewehr. Ein Jagdgewehr. Aber ich glaube, wir haben noch genug... Genochen Munition für unsere Schrotflinte. Also, ich würde ganz gerne die Schrotflinte tatsächlich behalten, aber... Ja, ich weiß nicht. Wie viel Munition haben wir denn noch in der Knifte? 18 Schuss. Ey, komm. Wir behalten... Wir behalten die Schrotflinte. Wo hier überall Jagdgewehr-Munition liegt, ne? Ich tausche mal kurz aus. 18 Schuss mit der Schrotflinte und hier haben wir 11 Schuss. Ja gut, also da... Wir behalten auf jeden Fall die Pumpkarn. Die Pumpkarn ist ein gutes Gerät. Ja, das nehmen wir mal mit. Da bleiben wir dabei. Geh jetzt weiter. Oh, oh! Eine riesige XXL-Taschenlampe. Ja, nice! Ihr seht schon, wir munitionieren uns hier mächtig auf. Ihr wisst, was das bedeutet. Sogar Blendgranaten. Ei, 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 ei. Hier ist der Hubschrauber-Schlüssel. Okay, Sheriff. Ich hab die Schlüssel. Ihr wisst, was das bedeutet. Es wird, glaube ich, gleich richtig rund gehen hier. Ich hab ja ein bisschen Angst. Barry? Wieso ist der nicht drin? Oh Gott! Barry, pass auf! Barry, weg! Barry! Er hat's reingeschafft, Wake. Er ist okay. Alter, Barry. Da musst du hier auch noch Babysitter spielen, ne? Los, Wake. Gehen wir außenrum. Wir können ihn hinten treffen. Alles klar, machen wir, ja? Ei, ei, ei. Muss denn für Barry auch noch Babysitter spielen? Was ist denn hier los in diesem Spiel, Mensch? Ah, guck mal, hier gibt's bestimmt was zu lesen, oder? Es gibt keine Aufzeichnung darüber, wann Bright Falls als namenloser Handelsposten gegründet wurde. Die eigentliche Stadt entstand, als die Bright Falls Mining Company 1878 in der Gegend ihre Tätigkeit aufnahm. Zu dieser Zeit entschlossen sich der Trapper Hubert Bildmoor und Amos Gunderson, ein Pionier aus Tacoma, ein Postamt, ein Saloon und ein Hotel zu bauen. Alles im selben Gebäude. Diese beiden Männer ist es zu verdanken, dass Bright Falls zu der beständigen und florierenden Stadt wurde, die sie heute ist. Interessant. Ja, so ein bisschen Geschichte muss natürlich sein, ne? Wenn wir da so mit der Nase drauf gestoßen werden. Okay, komm, Sarah, ja, ich bin ja schon da. Ich bin ja schon da. Meine Batterien gehen langsamer raus. Das ist aber ein ganz großer Bobbele hier. Okay, hatten wir den nicht schon weggeleuchtet, hier den Krepel? Oh, 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 komm, Sarah, du musst auch mal ein bisschen schießen. Ich muss Munition sparen. Einmal nachladen. Aber das ist Frauenpower, so muss das sein, Leute. Wir sind hier in der modernen Gesellschaft angekommen, in Bright Falls. Okay, so weit, so gut. Hier sind wir auf der Straße, hier ist auch ein Lichtkegel. Wheeler sollte hinten auf dem Hof auf uns warten. Ruhe, verdammt, oder ich rufe den Sheriff. Oh, ne Thermoskanne. Oh, hi, Doc. Alles unter Kontrolle, keine Sorge. Sarah, wird auch Zeit, dass jemand auftaucht. Oh, abgeschossen. Die ständige Geballere in die Luft ist idiotisch. Es wird noch jemand erschossen. Und das am Hirschfest. Ja, schließ mal bitte auf. Wir müssen hier aber einmal schauen, ganz kurz. Hier liegt leider nichts mehr rum. Schade eigentlich. Okay, gehen wir rein. Hier liegt die Thermoskanne rum. Bibliothek am Start. Und hier haben wir noch mal eine Seite. Los geht's, Freunde. Cynthia's Arbeit. Cynthia Weaver arbeitete hart und befolgte ihre zwanghaften Rituale. Manchmal wehrte sie sich, fügte sich aber immer. Sie spukte durch das verlassene Kraftwerk von Bright Falls. Markierte Vorratskammern mit lichtempfindlicher Farbe, die nur jene sehen konnten, die vom Dunkel berührt und vom Licht errettet worden waren. Wie sie. Sie bereitete alles für den Krieg vor, der bevorstand. Der Krieg zwischen den Mächten von Licht und Dunkel. Okay, alles klar. Gerade bin ich kein großer Fan meiner Romane. Okay, unten macht sie auf. Hier ist aber noch ein Pfeil nach oben. Da bin ich natürlich sehr, sehr neugierig. Müssen wir erstmal nachschauen, was da mal hier schön ist. Ein Schaukelpferd. Ja, leider nichts. Wir haben zwar ein Pfeil nach oben, aber... Außer an der Bibliothek haben wir hier erstmal nichts gefunden. Außer ich bin wieder todesblind. Und habe wieder alles mögliche übersehen hier. Da sind wir wieder auf dem Hinterhof. Oh mein Gott, es geht los. Leuchtmunition abgefeuert. Oh, guck mal. Hier ist ein Pfeil eingezeichnet. Da muss ich einmal ganz kurz nochmal spicken gehen hier. Leuchtfackel. Oh, Leuchtmunition, sieben Stück. Ich glaube, es gibt gleich hier den Endfight des Todes. Ganz ehrlich, Freunde. Ich bin ja ein bisschen aufgeregt, ehrlich gesagt. Okay, ein Spielplatz mit irgendeinem creepy Rollwagen, der mir gegen den Fuß fährt. Ja, zumindest sind hier keine Kinder am Schaukeln. Wir haben aus Flasche eingesammelt. Weiter geht's. Komm, Sarah, komm. Das leuchtet schon wieder. Ach, guck mal. Und hier ist auch noch ein Jagdgewehr. Ja gut, aber wie gesagt. Jagdgewehre, da verzichte ich jetzt erstmal drauf. Nehmen wir auch mal wieder die andere Waffe. Ganz viel Zeug zum Looten. Ich glaube, hier geht's gleich richtig ab, Freunde. Hier könnte noch was drin sein. Oh, hier ist auch irgendwas noch. Eine Manuskriptseite. Da gucken wir doch mal rein. Barry im Warenhaus. Ei, 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 ei. Also nur eine Seite hier in diesem Ding drin. Gut, laufen wir mal weiter. Wir müssen zur Kirche gehen. Die Frage ist jetzt natürlich, was hat es jetzt mit dem Hubschrauberschlüssel auf sich gehabt? Ist der Hubschrauber vielleicht auf der Kirche drauf? Ist er dahinter? Da hast du das Jagdgewehr. Das wollten wir ja nicht mitnehmen. Ich will nur einmal ganz kurz noch in die Zelte reinschauen. Vielleicht finden wir da noch irgendwas. Aber guck mal. Wir hatten schon erwartet. Wir müssen weiter. Sarah wartet auf uns. Security Zone. Keine Waffen. Na ja, also meine Waffe werde ich jetzt auf jeden Fall nicht abgeben. Sie schließt die Tür auf. Ich werde Pastor Howard wegen diesem Schloss noch was erzählen. Ach, ich habe ihm gesagt, er soll es reparieren. Oh, oh, und wir kriegen Besuch, Freunde. Das ist gar nicht gut. Okay, alles klar. Wir versuchen, die mal so ein bisschen wegzuleuchten. Ich hoffe, die versucht jetzt auch so ein bisschen die Tür noch aufzukriegen, weißt du? Sehr gut. Das erledigt sie alles am Alleingang. Das ist sehr, sehr gut. Omega-3-Fact-Säure zieht gut für das Herd. Ai, 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 ai. Was haben wir hier? Einen Doktor, oder was? Und? Wir haben den Oberbabo, der hier auch irgendwo rumliegt. Alter, versuch den mal zu befreien, beziehungsweise anzuleuchten. Da hinten. Wie ein Schatten. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, der ist noch ein bisschen mächtiger, glaube ich. Ja, das ist er wieder, ne? Lass uns mal runtergehen. Vielleicht können wir den da unten besiegen. Das leuchtende Auto. Das geht mir ja schon ein bisschen auf den Sack hier, ne? Also das ist hier... Das sollte eigentlich nicht passieren, um Gottes Willen. Ja, wow. Was ist denn jetzt passiert? Okay, nochmal von vorne. Ja, Licht kann versteckt werden. Da habe ich mir schon was gedacht. Oh, der hat mich komplett zurückgesetzt. Heißt, wir haben hier die Taschenlampe wieder. Das ganze Zeug. Und, äh, gut. Ja, diesen Zettel haben wir natürlich auch, ne? Der ist hier hinten im Anhänger drin. Das ist jetzt, also, das habe ich jetzt nicht verstanden, wie er mich da jetzt gekriegt hat. Aber naja, so lesen tun wir den auf jeden Fall nicht. Einsammeln reicht erst mal. Gehen wir mal hoch zu Sarah. Und, äh, versuchen mal, ob es jetzt in dieser Runde klappt hier. Beziehungsweise, guck mal, wir haben Leuchtenmunition ausgerüstet. Das sollten wir vielleicht auch mal verwenden. Das ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. So, dann machen wir auf hier. Ich werde Pastor Howard wegen diesem Schloss noch was erzählen. Ich habe ihm gesagt, er soll es reparieren. Wir positionieren uns da hinten. Da kommen sie wieder. So, die können wir schon mal so ein bisschen anstrahlern. Katsera, die gleich wegbomben hier. So, mach's hier nackig. Sehr gut. Es kommt gleich der Dude von der anderen Seite. Vielleicht sollten wir doch nicht hier runterlaufen, ja. Das war vielleicht gar nicht so clever vorhin. Omega-3-Fettsäure sieht gut für das Herd. Ah ja, Omega-3-Fettsäure bist du auch. Alte Omega-3-Fettsäure. Boah, da muss jetzt mal die Kugel hier für drauf gehen, leider. Vorsicht, Drake. Der ist schnell. Weiter. Ja, da ist er hier. Oh Gott. Oh mein Gott. Schieß. Nein, wir müssen nachladen. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh, da sind wir nicht rausgekommen aus der Bewegung. Ärgerlich. Okay, nochmal von vorne. Junge, Junge, Junge. Das ist natürlich sehr lästig, dass du hier den ganzen Fortschritt wieder zurücksetzt. Wahrscheinlich schafft man das. Pass mal auf. Ich geh jetzt mal in die Settings rein. Es muss ja irgendeine komische Option sein wahrscheinlich hier, ne. So, Vollbildqualität, Auflösung, Skalierung. Das passt alles soweit. Ich gucke mal ganz kurz rein. Bewegungsverzerrung können wir eigentlich ausmachen. Königkeits. Ja, lassen wir auch. Erstmal an. An, 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 hoch, hoch. Ja, was kann das sein? Also, wenn das jemand weiß, woran das hier liegt. Ja. Diese komischen Blend-Effekte hier. Dann sagt mal bitte. Bescheid. Vielleicht das hier. Volumetrische Lichtqualität. Vielleicht mal auf Mittelstellen. Aber ich glaube nicht, dass es daran liegt. Guck mal, es leuchtet halt immer noch. Es leuchtet immer noch. Ich weiß es nicht. Okay. Nächster Versuch. Vielleicht das nächste Mal jetzt die Waffe nachladen. Direkt eventuell. Also, auf. Ich nehme erst mal wieder hier diese Knifte. Ich werde Pastor Howard wegen diesem Schloss noch was erzählen. Ich habe ihm gesagt, er soll es reparieren. Okay. Wollte das kippen? Geht nicht. So, dann sind sie hier, unsere Oberbabos. Können wir ein paar anleuchten? Jaja, sie regelt natürlich, ne? Sie regelt natürlich. Okay, den haben wir auch. Jaja, jetzt kommen die Dudes. Ich hau da direkt mal so Leuchtspumunition hin. So, hier nicht ins Hintertreffen geraten, Leute. Dass der Dudes gleich von Anfang an weg ist hier. Sehr gut, das war die Handgranate. Wir müssen es machen. Jetzt bleibt uns nichts übrig. Ansonsten schaffen wir es wahrscheinlich nicht. Oh, da ist er. Ja, da muss jetzt ein bisschen Munition für draufgehen. Aber hey, wir haben es wenigstens geschafft. Wir haben es wenigstens geschafft. Okay, ist offen. Na los, wait. Ein Weg durch die Kirche finden. Los geht's. Rein hier. Oh, warte, 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 warte. Oh, oh, oh. Jetzt habe ich die Manuskriptseite fast wieder liegen lassen, ne? Jetzt mussten wir hier zweimal neu starten. Jetzt habe ich die fast vergessen. So, die sammeln wir einmal ein. So, und jetzt können wir gerne in die Kirche gehen. Und eventuell finden wir ja irgendwie noch einen Hubschrauber. Also ganz ehrlich, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Aber rein in die Kirche. Hier brennt auch Kerzenlicht. Boxen haben wir hier. Oh, hier ist noch eine Manuskriptseite. Die gucken wir uns auf jeden Fall mal an. Das Dunkeljagd-Rake hatten wir, glaube ich. Oder ist das die Seite? Ich glaube, das ist die. Ja, da bin ich mal gespannter. Wer sich jetzt hier an uns vergreifen will. Wir sind fast da. Wir müssen durch den Keller zum Parkplatz. Aber warte, lass mich noch mal ein bisschen Munition durchnehmen. Der Weg der Kruft ist eine ausgesprochen schlechte Idee. Okay, wir gehen durch die Dunkle Kruft. Ei, 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 ei. Ja gut, was sollen wir machen? Wir haben keine Wahl. Wir dürfen echt mit der Munition nicht so geizen. Oh Gott, sieht das mies aus. Das ist hier richtig gruselig. Wollte ich eigentlich gar nicht. Wollte eigentlich meine Fackeln nehmen, aber so ist auch gut. Die Granaten, die hauen natürlich richtig rein, ne? Das darf man nicht unterschätzen. Jetzt sind sie leider auch weg. Oh mein Gott, da ist irgendwie so ein alter Brennofen. Brennofen in der Krypta unter der Kirche. Hier geht's wieder hoch. Lass uns mal raus hier, Leute. Geht mal ein. Ja, da ist er. Da ist schon wieder so einer. Ach, Barry hat uns gerade in den Arsch gerettet. Easy. Ja, ich hab noch mehr. Was? Wofür die Weihnachtsbeleuchtung? Zum Schutz, Mann. Wie Knoblauch gegen Vampire. Vampire. Finde ich richtig gut. Zum Helikopter müssen wir über den Parkplatz und den Hügel rauf. Na los. So, hier ist noch ein bisschen Munition. Auch eine sehr offene Fläche hier. Könnte wieder was passieren. Aber erst mal so ein bisschen hier nachladen. Sehr schön. Oh, hier ist noch was. Sehr gut. Auf zum Heli, Freunde. Das Warenhaus von Brightfords ist von nun an mein liebster Ort auf der ganzen Welt. Seht ihr diese Stirnlampe? Das ist wie Superkraft. Ich muss nur eines von diesen Dingern ansehen und sie sterben. Das ist mein flammendes Auge von Mordor. Sehr gut, Barry. Sehr gut. Also zu dritt. Können wir vielleicht schon echt was reißen? Hey, ich will auch eine Stirnlampe. Hier haben wir noch eine Manuskriptseite. Alice wird im Dunkel gefangen. Alice hatte geschrien, bis sie keine Stimme mehr hatte. Um sie herum war die Dunkelheit mit Leben erfüllt. Es war kalt und feucht und bösartig und ohne Ende. Sie war eine Gefangene, inhaftiert an diesem finsteren Ort. Der Schrecken hätte ihren Verstand ausgelöscht. Doch eines ließ sie durchhalten. Sie konnte Alan in der Dunkelheit spüren. Sie konnte ihn hören. Sie konnte die Worte sehen, die er als flackernde Schatten niederschrieb. Er spürte sie auch. Er versuchte zu ihr zu gelangen. Ja, Freunde, was soll ich sagen? Wir sind leider auch schon wieder am Ende. Die Folge ist zu Ende. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, gerne Abo, Like und Kommentare da lassen. Ähm, würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder reinschaust. Wenn es wieder heißt, Alan Rake. Bis dahin alles Gute und einen richtig nice Tag für dich. Ich bin raus. Ciao.